DAS MONSTERPROJECT Also ich finde, dass man solche Sachen nicht extra suchen gehen sollte. Was ist das denn? Wir haben eine Antwort auf den Casting-Aufruf. Und sie ist verrieren. Wir alle lieben gute Horrorgeschichten. Wir stellen uns gern vor, dass Monster real sind. DAS MONSTERPROJECT SZENE 1 TAKE 1 Aber was wäre, wenn sie wirklich existieren und nebenan wohnen? Sie verbergen ihre Identität zum Selbstschutz. Nicht zu meinem Schutz. Zu euren. Ich sehe ihn! Geh weg! Geh weg! Scheiße! Die Leute, die wir zum Interview hergeholt haben, sind keine Menschen! Zeit für deine Sünden zu büßen. Geh weg! Immerend. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Vielen Dank.